Barbara Schöneberger äußert sich traurig auf Social Media. Der Grund, ihre Zeitschrift Barbara wird eingestellt. Im Juli 2023 erscheint die letzte Ausgabe des Magazins. Auf Instagram teilt die Moderatorin ein Foto der letzten Ausgabe, die den Titel Feierabend hat. Zu dem Bild schreibt sie. Das letzte Barbara-Magazin liegt am Kiosk. Es war die Zeit unseres Lebens, wirklich. Fast acht Jahre gab es unser nicht ganz normales Frauen-Magazin, viel zu kurz. Andererseits muss man sagen, so lange hält manch Promi-Ehe nicht. Barbara Schöneberger bedankt sich ausführlich bei den Leser-Innen des Magazins und wird sogar bemütig. Ganz ehrlich, ich bin traurig, dass bei Barbara und mehr als 20 weiteren Print-Magazinen des Verlages Kroner und Jahr der Rotstift angesetzt wurde. Neben ihrem Magazin wird auch das von Modedesigner Dido Maria Kretschmer eingestellt.